Wie machen Sie? Machen Sie zuerst das Mehl heiß oder mit dem Wasser kochen und dann auseinander? Also ich habe in Siedernwasser ein Geschick gescharf, ein bisschen Siedern lassen, umgedreht den Knädel und dann mit viel Fett auseinander gearbeitet. Und dann in einen kleineren Topf Fett drinnen und eingeschmissen mehr und einmal umgedreht und aus. Es ist einfach nichts dabei. Wenn man es richtig kocht. Also zum Backen hätte ich auch ein ganz spezielles Rezept. Die Weinstrauen, kannst du die? Ja, vier Toten, 15 Decker Mehl, zwei Decker Zucker und ein Stamperl Wein. Halbe Stunde rasten lassen, schön abkneiten am Tag. Ausgeradeln, strampfen, heißen Fett ausgebogen. Ja. Haben wir schon gebraucht, war gut mit dem Rezept. Mit der? Mit der André oder Birgit. Für die zwei eine, ja. Haben wir da hinten. Mit der Anstrengende? Ja, ja. Keine Wein. Ja, nein, ist ein gutes Rezept, gelingt eigentlich immer. Schön. Ja. Bisschen auch Zucker, neuer Stabzucker. Aber für Nele Zucker bekam ich immer Zucker.